Und da sind wir wieder zurück bei The Walking Dead und einem verwirrten Cursor. Ich weiß auch nicht, was der für ein Problem hat. Ich habe sogar überlegt, ob es mit dem Raustappen zwischen den Aufnahmen zu tun haben kann, weil ich ja die Aufnahme prüfen muss und gucken muss, ob alles richtig ist, und ich weiß es nicht. Also, ich verstehe es nicht. Okay, Clementine. Ich dachte, das weiß ich schon. Ich probiere jetzt mal. Ah, okay, wenn ich dann kurz die Maus benutze, dann scheint es wieder zu funktionieren. Perfekt. Hi, ihr zwei, ich muss euch was sagen. Can I talk to you about something? Sure. Is everything okay? I was, uh, on my way to prison three months ago. You've always looked at me with kind eyes. I wonder if you could still do that, if you, uh, knew I was a convicted fella. My goodness, for what? How much trouble can a teacher get into? Well, plenty. But it had nothing to do with that. It was for murder. Why? He and my wife, uh, were... That's enough. Tell me what happened when you were locked in the fridge at the dairy. Okay. Okay, das ist ein komischer Themenwechsel. Okay. Das wollte ich ihr jetzt eigentlich nicht erzählen, aber... Okay. So. Jetzt kriegt Kenny die nächste, äh... Ich sag's allen. 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 Ja, vor seiner Antwort habe ich am meisten Angst. Okay, should I sit down? Come on. I was, uh, on my way to prison three months ago. No shit. No shit. What the fuck, ich war ehrlich zu dir, du Arschloch. War ich seine Ehrlichkeit zu schätzen? Ja, ernsthaft? Ich glaube, das war er. Ich glaube, ich war eine sehr, sehr, sehr... Ja, wir können nicht mehr auf uns hinweg auf uns. Über die Böden. Nicht anfangen. Ich wollte nur sagen, Kat, es ist wahrscheinlich gut, dass sie dich nicht zufrieden machen. Danke, Lee. Aber wir brauchen sie. Es gibt keine Werte über das. Du musst dich stärker versuchen mit Lilly. Ihr habt euch das zu straightenen. Ich weiß nicht, wie straight wir es können, given alles, was passiert. Also, was dann? Zeit wird kommen, wir müssen das beste für unsere Familien machen. Und das ist was wir machen. Gut, dann haben wir mit den beiden auch gesprochen. Hey Ben, ich hab jemanden umgebracht. Du bist seit einer Woche dabei, aber ich sag's dir trotzdem. Hey Ben, was geht's, Lee? Habt ihr niemals hier in Macon gekommen? Ich hatte nicht viel Grund dafür. Meine Eltern lassen mir das Auto in die Stadt auf dem Wochenende. Aber was ist in Macon? Das ist ein Wachstum, als in Atlanta. Ich war in Macon. Oh. Ich wollte nicht sagen, es ist schrecklich oder was. Es ist super schön. Ich meine, nicht jetzt, aber ich glaube es war. Es ist... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay. Jetzt hab ich's Ben gesagt. Jetzt müsste ich's eigentlich nur aus den Kindern, wo's da kommt. Kann ich es Duck sagen? Eigentlich will ich es Duck nicht sagen, weil ich glaube, der Einzige, der hier wirklich ausrasten würde, wäre Duck. Da komme ich nicht drüber, natürlich. Da liegt ein Brett, da kommt Lee nicht drüber. Dann vielleicht doch nochmal kurz mit Lily. Ich weiß zwar nicht, ich dachte eigentlich, sie weiß das, aber hey, nicht, dass ich mich da irgendwie geirrt habe und sie es nicht weiß. Okay, you don't have to apologize. Did you come in here to give me hell or to coddle me? I wanted to follow up on what you said about stolen supplies. Do you know what's going on? I don't, I just heard you mention it. Things are missing, and I could use your help. There's a traitor. Somebody, one of us, out there. He or she or they have been taking things. You haven't really been sleeping. Don't start in on that. You've been through a trauma, and you're not taking care of yourself. Counts off, and it's the good stuff. Antibiotics, oxy, fuck, anything with opium in it. I see that count, and it's fine. I keep my own. That one's getting messed with. I'm a fucking mess right now, but I'm not stupid. I know what happens if I start a witch hunt. So you want me to start one? I want you to poke around. What's there to go on? I found this tossed into the garbage. We don't toss out equipment, we fix it. You'd only try to get rid of a flashlight if you're using it when you shouldn't. Okay, I'll poke around a little bit. Thank you. Gut, ich konnte ihn nicht sagen. I know who it is. Manchmal ist es am besten, da einfach mitzuspielen, wenn die Kinder solche Ideen haben. So, ähm, Lee's Tür. Ich will nochmal rein, ich will nochmal gucken, ob ich mit ihr über seine Vergangenheit reden kann. Ja, okay. Ich muss euch sagen. Ich muss euch sagen. Sure, go ahead. Aber wenn es die Schmerz ist, vielleicht schüttet es. Ich wurde in die Präzion vor der Plagie. Shit. Was? Dad sagte, dass es etwas über dich gab. So, du kennst. Ich wusste nicht, was ich wissen. Ja, so kann man es auch sehen. So, jetzt waren es alle. Gut, dann, ähm, gehe ich mal die Welt retten. Oder die Vorräte finden, oder so. Ich fange mal wieder mit Kali an. Vielleicht habt ihr ja was gesehen. Dann haben wir mit Kenny gesprochen übrigens. Da hat sie ja zugeguckt. Ich hab's allen erzählt. Ganz ehrlich, warum hast du's Ben gesagt, weil er nichts allen gesagt hat? Die Kleine ist einfach so süß. Das war die interessanteste Schreibweise vom Wort Fräulein, die ich je gesehen hab. Ja, ähm, gut. Spuren irgendwo hier. Ah, da ist was. Aber das können wir jetzt noch nicht anschauen. Okay, dann merken wir uns mal, dass hier was am Boden ist und kommen später nochmal drauf zurück. Äh, ah ja, ihr beide hier. Hey, habt ihr eine Taschenlamme kaputt gemacht? Hat schon sehr geholfen, danke. Kameratu, du trinkst seltsame Dinge manchmal. Irgendwie hat sich die Stimme grad'n bisschen komisch überschlagen, hm? Na, zum Glück sind die Scherben so groß geblieben, dass man die nochmal zusammenpuzzeln kann. Hm. Chalk. Pink. Hm. Dark! Real рассказывare... Ich hastотивoric. Daатаak. Zeig bei den Krass. Bone falch. Ja, und wer malt denn immer mit Kreide? Die Clementine, deswegen werden wir sie doch mal fragen, was mit ihrer pinken Kreide passiert ist. Oder erst mal fragen wir Kenny, wenn wir hier schon können. Habe ich doch gesagt. Aber nein. Das Spiel hat mich natürlich dann wieder zu Kenny und Katja gesteuert und dann, ja. Da liegt doch rosa Kreide auf dem Tisch. Da lag doch gerade rosa Kreide auf dem Tisch, oder habe ich das falsch gesehen? Ah, okay. 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 Dann schieben wir mal das Tor auf. Und eine McDonald's Tüte. Oh, ich hätte jetzt voll Lust auf McDonald's. Ich kann es nicht jeden Tag essen, aber immer mal wieder? So einmal im Monat oder so? Schon. Und wir haben unsere Medikamente gefunden. McDonald's steckt dahinter. Merkt es euch. Ich habe es gecallt. Das war's. Ich habe es geäbt. Ich habe es geäbt. Das war die Kreide auf der Entfernung. Ich habe es geäbt. Und da ist ein Sign auf der anderen Seite. Es ist eine Schreibe. Ja. Okay. Hey, wir line everybody up. Everybody. Somebody is killing us. Stealing from that supply is the same as slipping into your room at night and cutting your throat while you sleep. You die. What is the difference? What if Clementine gets sick and we don't have what we need? What the hell? You don't fucking steal from us! Who the fuck is that? Y'all better get your asses out here! We ain't fucking around! What do we do? Oh, shit! They're gonna start kicking indoors any second. What the hell are you... What? Just keep them talking. Do whatever it takes to stop him pulling the trigger. You made the biggest mistake of your life! Shit. Fünf Minuten später. Und sie hätten die Medikamente geholt, hä? Yeah! Weil darum geht's her. Scheint offensichtlich zu sein. We have more supplies. We can keep the deal going. Too late, shithead. We ain't given second chances. It was a mix up. What make it was your while. I'm listening. We'll leave you everything. Just let us walk out of here. So you can try to pay us a little visit later? Fuck that! Schön, dass keiner von euch vernünftig reagiert und sich auf den Chip beschrifft. Danke, Carly. Oh-oh. Get back there! Smoke him out! We gotta get out of here! No shit! Get those bastards! Cover our people and get them to the RV! Okay, aber das machen wir nicht mehr heute. Jetzt geht hier gerade die Action los, aber ich weiß, dass das Ganze noch ein bisschen andauert hier, bis wir das nächste Mal einen ruhigen Moment haben. Das heißt, bevor wir uns jetzt hier in den Kampf stürzen, gibt's einen Schnitt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao! 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 ! Ciao!